Hallo liebe Sternenfreunde und herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung im Februar 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Der Februar wird ein verführerischer Monat. Wir werden in Versuchung geführt, sowohl in der Liebe als auch wenn es darum geht, ob wir unsere guten Vorsätze und Pläne auch wirklich einhalten oder ob wir uns ablenken lassen. Wir wollen nämlich Spaß haben und sind zu Liebesabenteuern aufgelegt und das gilt nicht nur, weil die tollen Tage des Karnevals in den Februar fallen und weil wir Valentinstag haben. Falls ihr angesichts dieser Aufregung Beratungsbedarf habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder direkt über mein Kundentelefon und beides verlinke ich hier auf der Infokarte und es steht auch unten in der Videobeschreibung. Dann wollte ich euch auch noch mal an mein Jahreshoroskop-Buch erinnern. Wenn ihr es kauft, habt ihr nicht nur einen tollen Überblick über alle Tendenzen und euren Erlebnishintergrund für das ganze Jahr, sondern ihr unterstützt auch meine Arbeit für die kostenlosen Horoskop-Videos. Mit etwas Glück könnt ihr das Buch auch in der Verlosung gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran. Meine Gewinnerin aus der Verlosung vom Januar ist Michaela Braun. Herzlichen Glückwunsch, liebe Michaela. Unten eingeblendet siehst du meine E-Mail-Adresse und mein Kundentelefon. Bitte melde dich bei mir, damit wir einen Beratungstermin vereinbaren können. Jetzt möchte ich euch erstmal einen Überblick über die Konstellationen geben. Bei den langsam laufenden Planeten ist alles wie gehabt. Das könnt ihr euch noch mal im Jahreshoroskop Teil 1 anschauen oder im Buch nachlesen. Wir starten den Februar mit der Sonne und der Venus hier im Wassermann. Beide in der zweiten Dekade. Der Merkur steht auch im Wassermann und der Mars steht im Schützen in der ersten Dekade. Und Jupiter steht im Skorpion Anfang zweiter Dekade. Im Februar wird es in vielen Beziehungen hoch hergehen. Man ist total verliebt und dann wieder enttäuscht, weil nicht alles perfekt läuft. Singles können sich schnell verlieben, aber es ist nicht gesagt, ob das Objekt der Begierde auch frei ist und nicht noch andere Eisen im Feuer hat. Mein Tipp, der wäre, dass ihr die Erwartungen nicht zu hoch schraubt und nicht versucht perfekt zu sein oder von eurem Partner erwartet, dass er perfekt ist. Dazu neigt man nämlich, wenn der Jupiter in Spannung zur Venus und zur Sonne steht. Wir sind alle nur Menschen und machen Fehler. Konzentriert euch auf das Positive, auf das, was ihr an euch selbst und an euren Partner und euren Freunden mögt. Es kann ein zauberhafter Monat werden, wenn das Vertrauen stimmt und wenn wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Um die Psychologie der Konstellationen zu verstehen, müssen wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was im Januar los war. Die Venus stand zusammen mit Saturn und Pluto im Steinbock. Das heißt, viele Menschen haben sich ernsthafte Gedanken über die Zukunft gemacht und es wurden viele Pläne geschmiedet und noch mehr gute Vorsätze als sonst in Angriff genommen. Das gilt auch für Beziehungen. So mancher wird sich überlegt haben, okay, das soll in meiner Beziehung besser werden und diese Regeln sollten wir einhalten, damit es in Zukunft zwischen uns funktioniert. Die Mondfinsternis am 31. Januar ist dann ein recht explosiver Moment, wo ein Partner vorgeben will, wie es zu laufen hat und der andere sich dagegen auflehnt. Außerdem, das hatte ich euch ja schon gesagt, laufen wir mit dieser Konstellation Gefahr, bei sozialen Aktivitäten Leute zu vergessen oder auszuschließen und die sind dann schwer beleidigt. Die Mondfinsternis und die Venus stehen in Spannung zum Jupiter und das bedeutet, wir werden nachlässig, was unsere Regeln und Vorsätze angeht, denn wir wollen Spaß haben. Vorsätze, die man unter Saturn fasst, haben oft etwas strenges und das erscheint uns auf einmal nicht mehr so lustvoll. Dazu passt, dass es mit der Karnevalssession jetzt auf die tollen Tage zugeht, die zwischen dem 8. und dem 13. Februar ihren Höhepunkt erreichen. Und da schlägt man ja auch gerne über die Strenge und lässt sich verführen oder verführt selbst. Dafür stehen die Konstellationen einfach perfekt. Wer sich vorgenommen hatte, es alles richtig zu machen, wird es schwer haben, seinen eigenen Ansprüchen zu genügen. Am 11. Februar geht die Venus in die Fische und kurz danach beginnt dann der Mars, den Spannungsaspekt hier zu Neptun in den Fischen. Und diese kritische Phase geht etwa vom 14. Februar bis zum Monatsende. Der 14. ist ja Valentinstag und der hat diese Spannung also drin, verbunden auch mit der Jupiterspannung auf die Sonne. Und das heißt, wir haben eine große Erwartungshaltung und große romantische Hoffnungen. Feste Beziehungen stehen unter guten Sternen. Aber ich würde euch trotzdem raten, nicht zu hohe Erwartungen zu hegen, damit ihr nicht enttäuscht werden könnt. Jupiterentspannung zur Sonne und Marsentspannung zu den ganzen Fischeplaneten, das sind typische Konstellationen, in denen man in der Liebe allen möglichen Unsinn macht, der sich zunächst super anfühlt, aber eben doch in Enttäuschungen und Konflikten enden kann. Im Karneval wird ja am Abend vor Aschermittwoch traditionell der Nubbel verbrannt. Das ist eine Strohpuppe, die man symbolisch verbrennt und mit ihr alle Sünden des Karnevals. Der Aschermittwoch ist übrigens auch der Valentinstag, der 14. und das ist dann ein Symbol für den allgemeinen Kater, den man nach den tollen Tagen hat. Und anschließend geht man wieder zur Tagesordnung über. Das ist eigentlich eine ganz praktische Tradition, das solltet ihr euch auch vornehmen. Sünden zu vergeben und zu vergessen, die sich möglicherweise im Laufe des Februars ereignen. Kurz nach dem Aschermittwoch beginnt dann nämlich diese Spannung zwischen Mars und Neptun, sieht man hier schon, und später auch der Venus. Und dann fangen wir an, uns darüber zu ärgern, dass wir die guten Vorsätze schon verbrochen haben oder dass wir die Beziehungsregeln, an die wir uns doch halten wollten, doch nicht eingehalten haben. Entweder wir schieben es dem Partner in die Schuhe oder wir ärgern uns über uns selber, weil wir eben nicht streng genug mit uns oder unserem Partner waren. Da muss man sich dann fragen, sind meine Vorsätze und Regeln zu streng oder bin ich zu lasch und werde nichts erreichen, wenn ich mich nicht mehr an das halte, was ich mir vorgenommen habe. Außerdem ist diese Spannung auch eine typische Täuschungs- und Betrugskonstellation. Ihr müsst also aufpassen, dass ihr selbst keine falschen Versprechen gebt und auch, ob euer Gegenüber es wirklich ernst mit euch meint. Wenn ihr einen Verdacht habt, brütet nicht drauf rum, sondern sprecht es offen an und zieht gegebenenfalls die Konsequenzen. Aber ich muss auch sagen, die Aspekte haben einen sehr, sehr prickelnden Charakter. Alle diejenigen, die nur Spaß wollen, aber keine Bindung suchen, haben im Februar sicherlich sehr gute Möglichkeiten für das eine oder andere Abenteuer. Positiv ist die Neumond-Konstellation am 15. Februar. Der Neumond findet auf 27 Grad Wassermann statt und steht in einem schönen Aspekt zu Uranus. Sieht man hier und der Merkur ist auch noch mit dabei. Das ist eine Energie von Erneuerung, von neuen Gedanken, von frischem Wind und neuen Ideen und außergewöhnlichen Lösungen für bestehende Probleme. Für die Neumond-Meditation bietet es sich also an, außerhalb der gewohnten Bahnen zu denken. Vertraut darauf, dass es für euch vielleicht noch eine ganz andere Möglichkeit gibt, anstehende Projekte zu bewältigen oder Probleme zu lösen, an die ihr noch gar nicht gedacht hattet. Außerdem solltet ihr euch vornehmen, offen für neue Impulse zu sein und dafür, dass sich Dinge vielleicht überraschend anders entwickeln als gedacht, was aber im Endeffekt gut für euch ist. Das gilt natürlich auch, falls ihr in eine schwierige Beziehungssituation hineingeraten seid. Das Zeichen Wassermann ist ja auch das Zeichen der Toleranz. Vielleicht kann euch der Neumond dazu inspirieren, den einen oder anderen kleinen Ausreißer großzügig zu tolerieren. Am 18. Februar frühmorgens wechselt der Merkur ins Zeichen Fische, gefolgt von der Sonne, die am 18. Februar um 18.18 Uhr in die Fische geht. Schönes Schnapszahl diesmal. Die Gestirne betonen natürlich auch alle den Neptun. Der steht ja in den Fischen und das Ganze verstärkt die verführerische Energie, die sich in der zweiten Hälfte des Monats durchsetzt, während die ganze Zeit der Mars im Schützen in Spannung dazu steht. Deshalb ist es noch bis zum Monatsende wahrscheinlich, dass wir in der Liebe zwischen heißen, schönen Gefühlen und möglichen Enttäuschungen hin- und hergerissen sind. Auch unsere beruflichen und sonstigen Beziehungen können eine Herausforderung für uns sein, weil wir oft nicht wissen, ob mit offenen Karten gespielt wird oder ob jemand versteckte Absichten hat. Doch Anfang März bildet die Venus einen versöhnlichen Aspekt zu Jupiter und das bedeutet, letztlich ist die Chance gut, dass wir uns wieder versöhnen und dass auch wieder Harmonie einkehrt und wir bereit sind, aus unseren Fehlern zu lernen und unseren guten Vorsätzen eine neue Chance zu geben. Der nächste Vollmond fällt dann schon in den März und das ist wieder eine sehr verführerische Energie, weil er sich in Verbindung zu Neptun ereignen wird. Aber die Konstellation hat auch ein spirituelles Potenzial und alle, die gerade nicht in ein Liebesabenteuer verstrickt sind, können den Vollmond für tiefe kosmische Einsichten nutzen. Mehr dazu erzähle ich euch dann in der kosmischen Schwingung vom März. In den Sternzeichenhoroskopen gehe ich ausführlich darauf ein, was die Konstellationen für euch persönlich bedeuten und außerdem erfahrt ihr, welche Geburtstagskinder im Februar besonders wichtige Aspekte empfangen und natürlich verrate ich euch auch wieder eure Top-Tage. Das waren eure Konstellationen im Februar. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei oder ruft auf meinem Kundentelefon an, dann könnt ihr eure Wunschberatung bei mir buchen. Beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mit meiner Webinar-Reihe Antonias Sterne geht es dann im März wieder weiter. Der nächste Termin ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr, dann könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Ausgabe meines Jahreshoroskops als Buch gewinnen. Mit eurem Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und allen wichtigen Daten und Zahlen des Jahres bis Dezember. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch das Buch kauft, denn dann habt ihr nicht nur ein schönes Buch mit den Tendenzen für das ganze Jahr, sondern ihr unterstützt damit auch meine Arbeit für die kostenlosen Horoskop-Videos. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir einfach einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch für euren Erlebnishintergrund auch noch mal Teil 1 eures Jahreshoroskops als Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen!